Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich bin's wieder, euer Jules. Ich bin tatsächlich gerade in Den Haag, das sieht man auch hier an den Straßen und hier nochmal ein paar Bilder eingeblendet und Videos. Das ist sehr schön hier, aber ich bin leider erkältet. Darum werden jetzt gerade erstmal keine Videos kommen, also dieses Wochenende, aber ab nächster Woche dann wieder. Das wollte ich euch nur ganz kurz mitteilen, damit ihr Bescheid wisst. Tschüss!